Ich bin Lisa von Wagner und das ist mein Lieblingsroller. Denn mit diesem Schwergewicht aus massivem Stahl und bis zu 200 kg Tragkraft bewegt ihr jede Pflanze, ob im Kübel oder Topf. Das Geniale ist, dass sich die Rollertragfläche flexibel ausziehen lässt. Damit könnt ihr sie auf jeden Topfdurchmesser passgenau einstellen. Und außerdem haben die Räder hier ein Kugellager, das dafür sorgt, dass ihr den Roller super leichtgängig schieben könnt. Das funktioniert drinnen und draußen. Seid ihr dabei? Meine Pflanzen kommen genau auf diesen Lieblingsroller. Original und exklusiv von Wagner.